...Hip-Hop. Und zwar die G-Kids-Rapper-Kommission. Da sind sie auch schon auf dem Weg. Von Robert Wetzlar, dem Berufskolleg. Wow. Ihr habt ja schon Groupies, Leute. Clemens, Kam und Samer. Und was soll ich groß über den Text erzählen jetzt? Ich würde einfach mal vorschlagen, diesmal hört ihr einfach selber mal ganz genau hin. Und nachher gibt's Abfragestunde. So, viel Spaß, Jungs. Die G-Kids-Rapper, das singt der Ruhe. Okay, aber da, seid ihr nun draußen. Ich will in die Hände sehen. Kommt. Die G-Kids-Rapper. Ich hab dich für die Fahrer zu. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Die G-Kids-Rapper-Kann. Und ich bin hier in Deutschland. Ausländer bekannt. Es gibt viele Ausländer. Hier in Deutschland. Manche geht's rum und aus dieser Platz. Es meint manche Leute, Ausländer sollen raus. Außer wenn sie denken, dass wir heute unter andere Leute verklaufen. Und aus der Hütte weiß zu sagen. Habe. Sie sehen ganz normalen Welt. Niemand wurde schlagt. Ich kann nur welche Euro-Politik niemals verstehen. Ich haue auf dem Boden. Wenn, wenn gleich mein Ding geht. Wieso gibt's so viele Rassisten? Und alles hier. Diese Frage stellt sich jeder. Niemand will sich immer reden. An meiner Bank ist so ein wunderschönes Denkmal. Fragst du das richtig was in der AfD? Denkmal! Was in der AfD ist doch nicht normal. Geht übe uns das ohne Wollte im Brutal. Durchschlag. Ein Delegrat. Sicher Schaden. Diese Leute in der Kratz. So weit. Was ist jeder Bank? Schwarz, Rot, Grün. Ohne Geld. Viele Auswahlmöglichkeiten. Komm ich nach der Welt. Schau die Fassaden. Sie hat aber auch Wert. Wie mein Deutschland so verschleckt. Ja schon wieder her. Komm ich merke. Es ist die Jungserratie. Kommt die Fing. Ich brauch wirklich den Haarspirin. Den Zuhn pur. Von den Jungen beschützen. Doch wir müsst erstmal vor euch selber schützen. Es ist klar. Du bist klar. NPD. TVU. OHLHB. Und ein Publikaner nur was runtergestubt. Als du im Großen ab kann er schillen. Auch die kleine Kommt tun. Ich will produzieren. In die Sp dairy rückwärm. Ohne Scheisse! Das ist amok. Weil du auf einer. Wir sind. Wir sind so wie es ist. Wir sind so wie es ist. Was ist wie es ist. Etwas ist ... Wir sind so wie es ist. Durch die baden Scherchst. Okay, ich denke, ihr seid gut drauf, ich mach mal an den Kahn ab, yeah! Ich schwöb über das Thema Politik, denn das ist das, was wir für dich bedrehen. Ich hoffe, ich spanne an der Merkel ab, was ihr mit uns an den Machen kann. Ich geh raus, wo ich da bin, und die Deutsche behandelt mich als ihrer der Flüchtling. Und ihr stellt den Premier, doch am Geh einfach weg. Scheiß, du, mein Dreck, denn ich lebe meine Leben und keiner kann nur was sagen. Denn es ist mir ein Armer, du kannst jedes Wartel. Und die Sache, dass wir auf dem Boden lagen. Was willst du noch, Reicht, wie ich sage, lebe denn die Liebe bevor du stirbst. Und in der Scheiß höre ich mir hier, hier, hier. Die Welt macht eine Kapuß, wir siegen die Geist den Hook. Und das werde ich machen, weil du super aufstehst, wir wollen mich gar nicht kümmern. Alles zu sagen, yeah! Was ist das, wie es ist, wie es ist, weil du einer bist! Und du und meine Namen, das ist, was ist das, wie es ist. Und das ist auch, Reicht, weil du einer bist, wir wollen mich gar nicht kümmern. Rassister, du bist, immer du einer bist, du rappenest so wie es ist. Rassister, du bist, immer du einer bist, du rappenest so wie es ist. Rassister, du bist, Rassister, du bist, immer du einer bist, du rappenest so wie es ist. Jungs, vielen Dank, Dankeschön.